Die Verlassenen vergessen nie, sagt man. Aber es stimmt nicht. Sie haben die schönen traurigen Lieder. Mit denen ist das Mitleid. Die die verlassen. Mit denen ist niemand. Die haben keine Lieder. Marie! Er hat sie nicht vergessen. Er versteckt sie vor mir. Warum sind Sie von Bord damals? Wollten Sie zu ihm zurück? Ich weiß nicht. Warum suchen Sie ihn dann? Weil er mein Visum hat. Ich komme ohne ihn hier nicht mehr weg. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben, den hat einer unserer Bekannten zu ihm nach Paris gebracht. Und da habe ich ihm geschrieben, dass er nach Marseille kommen soll. Und dass hier unsere Visa bereit liegen. Und er hat den Brief bekommen. Das weiß ich. Lieben Sie den Arzt? Was ist es. Das weiß ich. Was ist. IMPORTANT Vielen Dank.